Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Herzlich willkommen hier in der Agentur für Arbeit in Korbach zur Eröffnung unseres Bildungspunkts. Wir setzen heute mit der Eröffnung des Bildungspunkts für den Landkreis Waldeck-Frankenberg einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Fachkräftesicherung hier im Landkreis. Lernen, ja ich will sagen lebenslanges Lernen, um gut in den Arbeitsmarkt reinzukommen und auch um beständig im Arbeitsmarkt zu bleiben. Wird immer bedeutsamer und ich glaube das hören Sie sehr häufig, wenn Sie von mir hören. Der Arbeitsmarkt ist im ständigen Wandel, ist ständigen Veränderungsprozessen unterworfen. Berufsbilder ändern sich, Berufsfelder ändern sich durch Digitalisierung, durch Transformation, durch Strukturwandel, durch neues Kundenverhalten, durch künstliche Intelligenz. Ich könnte jetzt die Latte noch ganz lange weiter aufzählen. Die Veränderungen passieren immer rasanter, das merken wir auch glaube ich in unseren Jobs jeden Tag. Und diese Änderungen und diese Veränderungen machen vor keiner Region halt, so auch nicht vor unserer hier. Und der Zukunftsforscher Elvin Toffler hat in einer seiner vielen, vielen Vorträge gesagt, die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden nicht die sein, die nicht lesen und schreiben können, sondern das werden diejenigen sein, die nicht lernen, nicht verlernen und wieder neu lernen können. Und mit dem Bildungspunkt, den wir heute eröffnen, wollen wir lernen, wollen wir Qualifizierung, wollen wir Weiterbildung hier im Landkreis aktiv unterstützen. Wir wollen ein niederschwelliges Angebot machen, eine niederschwellige Anlaufstelle bieten für alle Qualifizierungs- und Weiterbildungsfragen. Und wir wollen Anlaufstelle sein für arbeitslose und arbeitssuchende Menschen hier in der Region, aber genauso für Beschäftigte, die sich weiter qualifizieren wollen oder die es vielleicht sogar auch müssen. Frauen nach Familienphase und Pflegephase sind uns auch herzlich willkommen mit ihren Fragen rund um den Wiedereinstieg in den Beruf. Und auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten in dem Prozess der Transformation des Strukturwandels gut und professionell unterstützen wollen, sind bei uns hier genau richtig. Aber wir wollen das alles hier nicht alleine umsetzen und wir wollen auch die Idee als Agentur für Arbeit nicht alleine verfolgen dieses Bildungspunkts. Und daher freue ich mich sehr, dass wir hier gemeinschaftlich mit vielen relevanten Netzwerkpartnern im Landkreis ein Zeichen gelebter Netzwerkarbeit und guter Zusammenarbeit auch umsetzen. Ich freue mich, dass der Landkreis Waldeck-Frankenberg, lieber Herr Freese, die dazugehörige Wirtschaftsförderung mit dem Bildungscoach hier an meiner Seite, die Volkshochschule zusammen mit dem Hessen Campus, die Kreishandwerkerschaft, die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg und last but not least die Vereinigung der Nordhessischen Arbeitgeberverbände, unsere Idee hier unterstützt und mit uns in eine Kooperation eingetreten ist. Und wir rechnen mit der guten und der aktiven Unterstützung auch des Jobcenters Waldeck-Frankenberg und des DGB Nordhessen. Es ist großartig, dass es gelungen ist, so viele Akteure tatsächlich auch zusammenzubinden und diese Idee des Bildungspunkts gemeinsam miteinander zu gestalten. Ich finde, das ist tatsächlich ein Zeichen gelebter und aktiver Arbeitsmarktpolitik hier in der Region. Und ich habe es gesagt, wir wollen eine niederschwellige Anlaufstelle sein. Der Bildungspunkt in Korbach ist jeden Dienstag von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet und kann ohne Termin besucht werden. Wir bieten mit dem Beraterinnen- und Beraternetzwerk aller Netzwerkpartner, die ich eben aufgezählt habe, hier ein persönliches Beratungsangebot in den Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit vor Ort. Wir sind aber auch bereit, wenn das gewünscht wird von unseren Kundinnen und Kunden, aktive Verweisberatung und Kontakte herzustellen zu dem jeweiligen Partner im Netzwerk, der gut und adäquat auf das Bildungsanliegen jeweils eingehen kann. Und das heute hier ist quasi ein Auftakt, ein erster Startpunkt für unseren Bildungspunkt, dass der gut besucht wird, dieser Punkt. Das liegt in unserer aller Händen an der Stelle, indem wir es weiter sagen, indem wir es weiter tragen, nämlich in Form dieser Flyer, dem auch die telefonische und elektronische Erreichbarkeit des Bildungspunktes entnommen werden kann. Und bevor ich schließe, mag ich allen Beteiligten, die jetzt hier auch mit im Raum stehen, mit den Beraterinnen und Beratern, mit dem Know-how, was sie einbringen, ganz herzlich für ihr Engagement bedanken. Und danken mag ich auch meinem Team, die das heute hier alles ermöglicht haben, die vorbereitet haben in der Konzeption. Das sind vorneweg Gerlinde Müller, unsere Führungsberaterin, Frau Ruber als stellvertretende Bereichsleiterin und Frau Stemm als Pressesprecherin hier im Hause, die das hier alles vorbereitet haben, also inhaltlich gedanklich vorbereitet haben, was hier in diesen Räumlichkeiten dann stattfinden wird an Beratung, zusammen mit allen Beratungsfachkräften der Organisation. Und jetzt bleibt mir noch, bevor ich an Herrn Frese übergebe, uns allen tatsächlich in der gemeinsamen Fachkräftesicherung hier in der Region weiterhin viel Erfolg zu wünschen, den Bildungspunkt, viele Besucherinnen und Besucher zu wünschen, damit wir tatsächlich das umsetzen, was wir uns als Motto auch vorgenommen haben, nämlich, komm in den Punkt. Vielen Dank. Ihnen allen einen schönen guten Morgen und Ihnen, Frau Kern, und Ihrem Team herzlichen Glückwunsch zu der Einrichtung dieses Bildungspunktes. Ich glaube, wir alle, die wir vertreten sind, aber auch ich für den Landkreis Waldeck-Frankenberg, finden das ausgesprochen gut, dass Sie die Initiative ergriffen haben, mit diesem von Ihnen gerade beschriebenen niederschwelligen Angebot etwas zu tun für einen Bereich, in dem wir ja alle tätig sind. Wir haben alle vielfältige Aufgaben. Ich will auf unsere Aufgaben schwerpunktmäßig eingehen. Das ist einmal die Kundinnen und Kunden aus dem Bereich des SGB XII, die wir versuchen wollen, in Arbeit zu bringen. Dann sind wir mit der aufsuchenden Jugendarbeit unterwegs, mit der Schulsozialarbeit unterwegs. Und immer wieder stellen wir fest, wir kommen da mit unseren Angeboten aus der Verwaltung heraus an Grenzen. Und deshalb ist es schön und richtig und gut, liebe Frau Kern, dass Sie federführend mit uns allen gemeinsam dieses niederschwellige Angebot anbieten, wo Menschen, die sich weiterqualifizieren sollen, wollen oder auch müssen, dann ein möglichst passgenaues Angebot finden, um sich halt weiter zu qualifizieren, um sich fit zu machen für den Arbeitsmarkt und sich damit auch fit zu machen für ein Leben ohne Finanzierung oder Kofinanzierung aus irgendwelchen sozialen Kassen. Denn nur dann haben wir mündige Bürgerinnen und Bürger, wenn uns das gelingt, alle auskömmlich mit einem eigenen Einkommen zu versorgen. Deshalb ist das eine gute Sache und eine gute Chance für die Menschen in Waldeck-Frankenberg. Wir selber oder wir alle gemeinsam beschäftigen uns ja ständig auch mit der Reformierung dieser Prozesse. Wir selber im Kreishaus am Südring II und am Südring III denken mit unseren Gesellschaften gerade darüber nach, wie können wir gerade im Bereich Jugend unseren Auftritt verstärken und verbessern, wie kommen wir an Jugendlichen besser ran, die oft es gar nicht mehr schaffen, auch einfache Bildungsabschlüsse zu erreichen. Deshalb versuchen wir das Thema aufsuchende Jugendarbeit, was bisher unser Betrieb Delta ja in Teilen wahrnimmt, und Schulsozialarbeit viel enger miteinander zu verquicken. Wir werden mit den Kooperationspartnern, dazu gehören Sie ja auch, und dazu gehört das Jobcenter, auch überlegen, wie wir die gemeinsame Jugendberufsagentur vielleicht in diesem Prozess besser einbinden und ein Stück weit neu aufstellen können. Also ich will sagen, wir haben alle das gleiche Ziel, junge Menschen oder Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen, zu unterstützen auf dem Weg in die Arbeitswelten und damit auch auf dem Weg in die Zivilgesellschaft. Und ein weiterer Schwerpunkt, der jetzt nicht so bei uns angelegt ist, aber sicherlich auch bei unserer Wirtschaftsförderung und bei anderen Netzwerkpartnern, ist halt die Weiterbildung, die Weiterqualifikation. Sie haben das Tempo der Änderung der Wissensgesellschaft eben angesprochen, und auch dafür ist es erforderlich, dass wir den Menschen Angebote machen, wie man sich weiterqualifiziert, wie man vielleicht nach Zeiten des Ausstiegs aus dem Beruf wieder eine Rückkehr findet in die Arbeitswelt. Und deshalb habe ich mich sehr über Ihre Initiative gefreut, diesen Bildungspunkt aufzubauen, heute in Betrieb zu nehmen, mit Hilfe von Frau Demer und allen anderen auch bekannt zu machen in einer Öffentlichkeit. Und ich wünsche einen guten Start und gutes Gelingen. Herzlichen Glückwunsch, eine tolle Sache. Herzlichen Dank. Ja, super. Moment. So. Also, dann mache ich schon mal ein Foto. Moment. Ja, prima. Wollen Sie noch durchschneiden? Ja. Moment. Moment. Moment.